Hallo Leute, hier ist der Guzua wieder und zwar bin ich jetzt das letzte Mal so ein bisschen mit den Truppen überhaupt unterwegs. Klar, die Hexe ist jetzt nicht so ganz normal gewesen, klar, aber ich will danach mal andere Truppen ausprobieren. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt, das ist doch ganz in Ordnung und ich will so ein bisschen probieren Loons und will mich aber vorher mit dem Queen Walk so ein bisschen um die Luftabwehr kümmern. Ich denke mal, das sollte eine ziemlich nette Nummer werden. Mal gucken, wenn wir hier einfach nochmal so eine Hexe platzieren, was dann da so passiert. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier lang, ah ja, toll, wenn wir hier jetzt langsam so ein paar Goblins reinschicken, sollte das eigentlich auch laufen. Gucken wir mal hier, mal gucken, was wir in der CB haben. Hexe ist noch nicht tot, das ist gut. Ja, ihr wisst selber, von den Spells bin ich ja so komplett runter irgendwie. Ich meine, klar, manchmal ist es halt wirklich richtig gut, die zu verwenden, logisch. Guckt mal hier, gucken wir mal, ja genau, Goblins direkt aufs Rathaus geht so episch ab. Guckt's euch gleich an. Oh, krass, die Teslas. Ich meine, die sind low, aber trotzdem schön das Dunkle wegziehen. Ja, geht erstmal auf die CB, die ist natürlich viel wichtiger, logisch. Und hier sollte natürlich definitiv so gut wie alles machbar sein, weil die Base halt wirklich nichts ist. Da sollte man auch mit den Truppen eigentlich ganz gut abkassieren können. Queen kann ich noch rage'n. Guck ich mal, wie lange ich die so halte. Ich glaube, jetzt werde ich das schon machen, dass die halt nicht die ganze Sache hier auf sich nehmen muss, die ganze Dev. Genau, passt doch einwandfrei. Genau, jetzt ist zwar die Kanone da, die wird meine Queen ganz schön bumsen. Und da ist sie auch schon weg. Mal gucken. Ja, genau, die letzten Bogis hier machen da, denke ich, machen noch einen traumhaften Job. Einwandfrei. Läuft. Okay. Ne, und dann seht ihr nämlich wieder neues, andere Sachen. Weil, ja, ich sag mal, ist natürlich wirklich nicht so toll, wenn man immer nur das normale Farming macht. Das ist natürlich klar. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich wollte nämlich gucken. Genau, die Spells habe ich so gedacht, dass man wieder diese normale Kombo macht und sagt, gut, okay, komm. Ich hau mir vier Blitz rein und hau mir halt dann jeweils ein Earthquake rein. Das sollte passen. Jetzt gucke ich mal gerade. Da habe ich noch zwei. Jetzt schauen wir mal. Einen haben wir schon drin. Rage ist halt noch drin. Gut, okay, ich werde sie jetzt nicht weghauen. Auf keinen Fall. Aber wir können schon mal auf jeden Fall den Boost anfangen. Und ich denke, dann werdet ihr auch in den nächsten Videos grundsätzlich immer wieder mehr Boost sehen. Drauf geschissen, wenn es halt ein paar Gems kostet. Egal. Da will ich nicht mehr so kleinlich sein, muss ich sagen. Es ist einfach wichtig, dass ihr halt guten Content kriegt. Und ich so, naja, die Gems. Nee, dann muss halt einfach auch mal ein bisschen was abgehen. Egal ist es mir jetzt nicht mehr. Mal gucken, was wir nehmen. Also wie gesagt, in der haue ich halt die fünf Heiler raus. Dann haue ich, wie gesagt, eben da. Ich gucke mal, ob das Zeitverhältnis unge... Nee, das passt gar nicht. Das passt gar nicht. Na, ob... Ein paar Mauerbrecherchen logischerweise auch. Wir lassen es erstmal laufen. Wir lassen es erstmal so laufen. Aber klar, da muss ich noch gegensteuern. Da haue ich mal hier definitiv noch ein paar Loons hinein. Und dann passt das, denke ich. So. Ansonsten. Ich habe das ja früher gesagt. Äh, Top Fails. Zwei Sachen zeitgleich. Beziehungsweise zweimal das gleiche zeitgleich upgraden. Das größte... Der größte Fehler, den man machen kann. Mittlerweile muss ich ja sagen. Guck mal. Im CW ist es total Banane. Weil die ja trotzdem schießen. Von daher ist es nicht weiter wild. Und man muss wirklich dazu sagen. Guckt bitte kurz, wo ich mich aufhalte. Ich bin nur in Gold 2. Guckt mal kurz. Einfach mal, dass wir sehen. Dann, klar, hier gegen das Dunkle richtig flöten. Aber ansonsten ist das mehr so Standard. Wirklich hier, klar, da nochmal das Dunkle weg. Weil ich in Anführungsstrichen relativ viel habe. Aber ansonsten ist das hier echt Pille-Palle. Und von daher ist das okay. Wenn wir natürlich weiter oben wären. Wo es halt wirklich auch pokaltechnisch wichtig wäre. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Dann ist das natürlich definitiv nicht angebracht. Bloß ich dachte mir auch. Ja, wenn ich jetzt hier so lange rumsitze. Mit vollen Lagern. Hier irgendwie mit 8 Millionen. Im Goldbereich. Und dann nur für 5 Millen hier den X-Bow mache. Das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. Und von daher sollte das so passen. Gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Ansonsten, genau. Ich habe ein neues Bild bekommen. Und zwar vom Erik. Der hat mir ein Bild gemacht. Und zwar in Minecraft hat der einfach mal ein Clash of Clans Logo hingezaubert. Fand ich ziemlich nice. Also gute Arbeit gemacht, würde ich sagen. Und ist natürlich auch richtig geil geworden. Das zeige ich hier natürlich auch noch. Jetzt geht es weiter. Es wurde dann wiederum gesagt. Oh, mach doch mal bitte die Mauern. Die 1er Mauern. Das geht ja gar nicht. Ganz ehrlich, juckt mich nicht. Also wirklich, es ist halt so. Wirklich momentan auch im CW-Bereich. Da wird nicht angegriffen. CW. Beste Sache überhaupt. Wir sind gerade in der Suche. Ich habe in Nova nochmal gequatscht. Ich habe gesagt, ey komm hier. Er wollte ein 10 zu 10 machen. Der bringt auch die EPs halt nicht wirklich nach oben. Komm, lass 15 machen. Okay, hat er gemacht. Einwandfrei. Easy peasy. Yo. Gucken wir. Ja, mittlerweile weiß ich, wo ich den Kriegslog finde. Guckt euch das bitte an. Ganz ehrlich. Ich meine, ich habe wirklich low Gegner angegriffen. Auf jeden Fall. Ich brauche mich damit, wie gesagt, nicht brüsten. Klar. Ähm, aber ganz ehrlich. Alter, wo ich echt sage, Facepalm des Tages auf jeden Fall hier. Und deswegen ist er natürlich auch nicht mehr drinne. Als Vierter. Ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Als Vierter. Einfach mal gar nicht. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, oh, es kann ja was dazwischen gekommen sein und wie auch immer. Ja, okay. Es ist ja auch nur ein Rauswurf aus dem Clan. Es ist ja kein Weltuntergang. Ja. Aber ganz ehrlich. Das ist mehr als verdient. Also man braucht ja nicht sagen, oh ja, warum wurde ich denn gekickt? Nur weil ich jetzt nicht im CW teilgenommen habe. Ja. Wenn du drinne bist, dann hast du auch anzugreifen. Ganz klar. Und jetzt guckt euch das bitte nochmal kurz an. Gebt euch das bitte. Wir gehen nochmal kurz in die ganzen Sachen rein. Wir hätten mit der prozentualen Zerstörung, wir hätten einfach wirklich nur einen fucking Stern gebraucht. Einen. Und da sage ich auch echt, Alter, da platzt mir der Arsch. Da platzt mir echt der Arsch. Weil guck mal. Er hätte als Vierter, hätte er locker meinen nochmal verbessern können. Meine 79 Prozent. Gucken wir uns gleich an. Aber, das tut nicht weh. Ey, ohne Scheiß. Alter, der hätte ihn so niedergerusht. Der hätte ohne Probleme die 7, die 6, hätte er ohne Probleme machen können. Alles easy, ja. Oder vielleicht sogar den 1er auf 2, ja. Aber sowas geht... Äh, nee. Also wirklich. Wenn ich es probiert habe und verkackt habe, ist es eine Sache. Wirklich. Es sei denn, ich greife halt mit Goblins oder sowas an. Klar, da gibt es natürlich auch direkt die Into the Face. Logisch. Aber, ey, wenn ich da sitze und... Nee. Äh, nee. Nee. Da kriege ich Haare am Zeh. Echt. Also das geht gar nicht. Und... Dann ist sowas einfach wirklich scheiße. Ich dachte mir schon, oh ja, cool. Schön Loot gemacht noch. Mir ging es nämlich darum, wir waren relativ gleich auf. Wir hatten irgendwie 3 Sterne voraus oder sowas. Und dann hatte ich nochmal einen Angriff gemacht. Und dann waren wir irgendwie 5 voraus, wie auch immer. Und ich dachte mir, yeah, cool. Und dann gucke ich rein und sehe, scheiße. Die Gegner haben die 4 Besten noch gar nicht angegriffen. Dann sind die Scheiße. Mist. Ja. Könnte ein bisschen knapp werden. Und ich sagte noch 4 Stunden vorm Ende, ey, wie sieht es denn aus mit NJ Steffen? Wann kommt denn das mal? Dann sagen die auch, naja, lass mal, lass mal, das wird schon, das wird schon. Wurde leider nichts. Gucken wir mal, wie wir das gemacht haben. Kleinen Moment. Hier ihr seht es selber. Kurz nochmal zur Erklärung halt. Ich habe mir gedacht, gut, okay, komm. Ich will zweimal halt ein Earthquake verwenden. Will halt relativ gut in die Base reinkommen. Habe vorher nachgefragt und habe gesagt, pass auf. Kann irgendjemand, eine Base wäre mir scheißegal gewesen. Einer sollte mal diesen Bereich, zack, zack, und das Town Hall mit reinbauen. Einfach nur just for fun sozusagen, zum Probieren. Weil ich mir dachte, wenn ich genau hier den Earthquake droppe, dann müsste der auf jeden Fall da und da auch noch alles wegballern. Und dann hätte ich nämlich die Base schön offen und könnte dann gucken, wo ich noch was mache. Und genau so habe ich auch angefangen. Guckt mal hier. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ganz genau. Erstmal einer zum Test. Klar, dass man nicht den Rest noch total verballert. Zack, zack, zack. Und da sind die Mauern weg. Einwandfrei links und rechts komplett freies Spiel. Und dann dachte ich mir, gut, okay, dann komme ich noch von oben. Hätte natürlich genauso von unten kommen können. Was ich jetzt im Nachhinein sogar noch als besser herausgestellt hätte. Scheiße, da hätte ich es eventuell geschafft. Weil, guckt mal hier. Wäre ich jetzt zum Beispiel, hätte ich die hier gedroppt. Hätte ich durch die vier Earthquake halt nochmal richtig schön. Ah, scheiße. Beim nächsten Mal auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Hier hätte ich natürlich logischerweise die Dev-Gebäude nochmal richtig geschwächt. Echt, ärgerlich. Echt, ärgerlich. Zumal das alles auf... So, jetzt haben wir hier. Wir haben einen Lava-Hund logischerweise. Da müssen wir natürlich gucken, was kann ich tun, dass ich den runterkriege. Klar, also ich kann ihn nicht nur einfach mit Walküren angreifen. War mir klar. Dachte ich, ich glaube, dann habe ich sogar von der Seite die Queen gedroppt. Ganz genau, weil ich mir dachte, gut, okay, komm. Die Lava-Pubs müssen jetzt hier definitiv verschwinden. Oben den King reingezogen. Und das war in Ordnung. Und dann sind die Packers, glaube ich, außenrum. Das ist schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hier hatte ich zu wenig Support für die Queen, dass mir die Queen dann relativ schnell abgeraucht ist. Fand ich nicht so toll. Ja, klar. Also ich meine, dass ich das Town Hall bei so einer Base bekomme, sollte jetzt kein Thema sein. Klar. Und da haben wir noch eine Riesenbombe und bam, war das Ding dann weg. Schade halt, auf jeden Fall. Aber so ist es halt. Golly ist schön, dass der halt eben im Voraus ist, aber Mauerbrecher hat es dann komplett zersäbelt. Da passiert natürlich innen drin nicht mehr viel. Klar, gut ist hier schön der Bogeyturm auf den Golly fixiert. Das ist natürlich nice. Und dann ist mein King halt ein bisschen länger haltbar. Aber das war es dann auch schon. Dann habe ich mir auch gedacht, oh cool, hier unten passiert ja noch was. Dadurch, dass die sich halt wirklich, die Dev-Gebäude, alle wirklich im inneren Bereich aufgehalten haben, haben die auch noch halbwegs was gerissen. Aber dann war auch Ende, da war die Luft raus. Da ging nichts mehr. Und dann hatte ich meine 79%. Und der andere war die 10. Und da muss ich wirklich sagen, war ich so ein bisschen überrascht. Dass es so gut gelaufen ist, muss ich echt sagen. Aber da dachte ich auch teilweise, wird das was? Wird das nichts? Mal gucken. Und da bin ich der Meinung, bin ich dann schon reingegangen und habe dann erst den Earthquake verwendet. Weil ich wollte wissen, wo halt meine Truppen langlaufen. Nicht, dass ich dann am Ende dastehe. Ja gut, okay, jetzt hast du zweimal irgendwo was kaputt gemacht. Und dann sehen wir halt mal weiter, wo die Truppen langlaufen. Das wollte ich in dem Bereich nicht. Da wollte ich mir halt wirklich die Möglichkeiten offen halten. Klar, logisch, die Sachen, die jetzt rein. Und hier auch wieder ganz, 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 ganz wichtig. Nicht halt nur einfach Golem, Pekka, Valkyre rein, sondern hier muss natürlich auch etwas, was halt eben Lufttruppen kaputt macht, halt definitiv hinterher. Sonst habt ihr auch mit einem Golem und auch mit Valkyren und so weiter und so fort einfach mal schlechte Karten. Guckt mal hier, hier haben wir nämlich noch die Loons. So, zack, 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 hier, Queen kümmert sich garantiert gleich drum. Nee, haben schon die Magier gemacht, einwandfrei. Und jetzt habe ich, glaube ich, gemerkt, ich glaube, dann habe ich es hier. Ja, ja, genau, da habe ich halt, weil ich mir dachte, gut, okay, Golly muss definitiv durch die Mauer durch. Draußen gehen Pekka mit King lang, das ist ganz easy peasy. Hier auch wieder richtig nice. Bogies auf den Golly fixiert, einwandfrei, das läuft richtig nice. Queen geraged, dass ich die halt wirklich noch habe. Da macht die, glaube ich, noch die Tesla kaputt und das war es dann auch. Zack, bam, genau, da ist sie weg. Und dann dachte ich, scheiße, das wird knapp. Scheiße, das wird richtig knapp. So, aber dadurch, dass ich hier die beiden Golems noch hatte, der eine Golem hatte sich dann, glaube ich, hier an der Mauer probiert und hat dann aber wenigstens zumindest den gesamten Schaden auf sich genommen. Guckt mal hier, hier seht ihr es jetzt wieder, Bogieturm, einwandfrei. Wirklich nur ein paar Sekunden später hätte der Bogieturm natürlich dann Pekka's angegriffen und fertig. Aber das war hier noch auch nicht wirklich knapp oder sowas. Das ging halt einfach durch. Der King war noch so gut wie komplett da. Das lief. Zeitlich war das auch vollkommen in Ordnung. Das war im Rahmen und ich habe da 100% gemacht. Aber wie gesagt, die Base war jetzt auch nicht der Knüller. Aber wie gesagt, man muss halt einfach sagen, es ist nun mal so. Also wie gesagt, richtig, richtig scheiße, dass wir den verloren haben. Das hätte definitiv nicht sein müssen. Und sowas ist dann halt wirklich, klar, rausschmiss. Logisch. Aber ich will noch mal kurz gucken. Ich müsste jetzt irgendwie 155, nee, 164 Sterne schon. Juhu, läuft bei Misch. Wie gesagt, Valkyren sind bald im Upgrade fertig und auch den Bowler habe ich dann bald. Weil das ist auch wieder so eine Sache, die muss sein. Die muss definitiv ran und fertig. Gucken wir mal, was könnten wir noch gebrauchen? Egal. Scheiß drauf. Egal. Wir gucken uns die Truppen kurz an. Ich habe vier Heiler, ein Mann frei. Ja doch, das wird eine coole Nummer. Das wird, denke ich mal, eine richtig coole Nummer. Dann können wir hier loslegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das, doch, doch, den, den Angriff zeige ich euch definitiv hier noch. Kommt. Ah, da kann ich mich jetzt nicht rausreden. Echt. Der Loot ist echt gut. Und da muss ich jetzt einfach mal gucken. Ah, ist natürlich kacke. Ich kann da nicht wirklich viel reißen. Ah. Nee, die Entfernungen sind auf Multikacke. Ich würde, ich hätte, ich hätte es wirklich gerne gemacht. Das wäre. YOLO. Alter, geil. Okay. Also ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Das ist ziemlich nice. Da müssen wir jetzt kurz schauen, wo unsere Prioritäten liegen. Ganz klar. Ich würde sagen, von der Flanke aus kommen. Und dann. Ja, von der. Doch, ich denke, ja. Ich habe die drei Rage. Das passt. Wenn ich jetzt. Ich würde nochmal kurz gucken. Ich würde. Ich würde hier nochmal einen Rage droppen. Und ich würde auch. Hier nochmal einen Rage droppen. Und ich würde dann wiederum. Die probieren schon mal zumindest anzuhitten. Dass die schon mal ein bisschen was abbekommen hat. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Hier richtig Queenie Queenie. Lass mich hier ran. Zu spielen. Und dann. Dann, dann warte ich jetzt. Dann warte ich jetzt kurz. Und die Queen kann sich seinen, ihren Weg. Nicht seinen Weg. Wir wollen ja hier nicht irgendwie Transgender oder so. Genau. Dass die Queen hier so ein bisschen regelt. Das reicht locker. Gucken wir mal hier. Was wir hier haben. Weil wir haben glaube ich Riesen noch mit drin. Was mega nice ist. Und die müssen sich natürlich auch den Weg bahnen. Ah, die Puste habe ich gar nicht gesehen. Die sind mir nicht aufgefallen. Ganz, ganz klare Sache hier. Ah, sehr nice. Also klar. Die Base ist tot. Sag ich mal. Das soll jetzt hier kein schwieriges Ding werden. Auf jeden Fall. Aber. Ja. Es ist halt einfach was anderes als so ein normaler Fight. So. Jetzt hauen wir hier mal den Lava Hund raus. Und machen nochmal hier so eine kleine Action. Schön. Und droppen hier mal unseren Rage. Ich denke das sollte ganz lustig werden. Queen macht hier richtig schön Alarm. Das passt. Ich glaube mal die hätte das auch alleine gerissen. Aber. Soll in Ordnung sein. Schön mit den Goblins hier noch schön clear. Läuft bei mir. Ich glaube es ist ratsam gar nicht mehr. Ach komm. Scheiß drauf. Und Rage noch einen rauf. Egal. Was kostet die Welt? Wir nehmen die Hälfte. Der kann sich hier jetzt auspullern. Sag ich mal. Das passt. Noch längst nicht alle zeitmäßig. Naja. Naja. Wir haben. Ne. Die Sklettinger. Die brauche ich da nicht unbedingt droppen. Aber die Queen sollte jetzt langsam mal hier so ein bisschen. In die Schuhe kommen. Oh mir ist der Loot ein bisschen in Gefahr. Kommt Leute. Dann. Dann mache ich hier doch nochmal eine kurze Session. Weil. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel hier. Dass ich dann hier irgendwie. 200. Noch was liegen lasse. Klar. Ich meine den Rage muss ich dazu berechnen. Die Loons selber. Aber wie gesagt. Wir wollen ja auch ein bisschen hier den Gegner plätten. Klar. Geil. Dass ich. Aber. Da seht ihr es halt auch wieder. Äh. Wenn man halt da steht. Alter Queen. Jetzt ruppt das Ding. Alter. Nein. Alter. Das ist nicht euer Ernst. Nein. Alter. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt mach Lack. Oh nein. Ah. Alter. Das waren drei. Fast 300.000. Fuck. Alter. Fuck. Ja. So ist es halt. So ist es halt. Verkackt. Facepalm des Tages. Auf jeden Fall. Aber. So ist es. Scheiße. Alter. Richtig fail. Richtig fail. Heiler droppen. Also. Beziehungsweise. Heiler reinknallen. Äh. Ein paar von den Mauerbrechern. Aber ein bisschen weniger. Das reicht auch. So. Dann gleich wieder. Äh. Loons. Oh. Ich könnte gerade ein bisschen brechen. Zwei Rage. Äh. Zwei Earthquake. Obwohl ich eigentlich auch gleich vier braun machen sollen könnte. Wie auch immer. Zwei habe ich da. Ja. Passt. Easy going. Scheiße. Alter. Scheiße. Ja. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil. Dass ich. Äh. Dass ich die Queen gleich wieder verwenden kann. Aber das ist natürlich echt so ein Fail des Tages. Auf jeden Fall. Den Rest seht ihr im. Was heißt den Rest. Äh. Den. Die nächsten Angriffe seht ihr dann. Äh. In den nächsten Videos. Ich hoffe die Truppenzusammenstellung. Die reißt es ein bisschen besser. Und dann wird man hoffentlich immer besser. Immer besser. Und kann die Taktik vielleicht mal im CW machen. Mal gucken. Werden wir sehen. Ich wünsche euch was. Und ihr haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.